Die Maskenpflicht ist ja nicht nur in aller Munde, sondern vor allem auf aller Munde und es gibt gewisse Bereiche, wo diese Pflicht gilt, das heißt in den öffentlichen Verkehrsmitteln, das heißt in Supermärkten, das heißt in Geschäften und es ist sehr, sehr umstritten. Ganz unterschiedliche Meinungen haben dazu auch die Österreicherinnen und Österreicher. Auf der einen Seite ist es für viele ärgerlich, zum Beispiel Brillenträger, die sich immer wieder darüber beschweren, dass auch die Brille immer wieder beschlägt. Andere sagen, naja, diese Schutzmasken sind ja, wenn sie nicht richtig auf- und abgenommen werden, dann sind sie ja auch noch unsicherer, als wenn wir gar keine Schutzmaske tragen würden und das macht sich einfach deutlich spürbar. Ich habe auch gestern eine sehr ungute Situation in der U-Bahn erlebt, wo eigentlich die Schutzmaskenpflicht gilt. Ein Mann, der ohne Schutzmaske unterwegs war, hat die anderen Passanten angepöbelt und sie als dumm beschimpft und selber keine Maske getragen. Hier war aber auch niemand da, der hier eingegriffen hätte und den Mann hier aufgefordert hätte, diese Maske zu tragen. Die Österreicherinnen und Österreicher haben auch ihre Meinung geändert. Gerade am Anfang, als diese Schutzmaskenpflicht gekommen ist, als es vor allem in den Supermärkten losgegangen ist, da war man noch der Überzeugung, Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Maßnahme für die kurze Zeit des Einkaufs, macht es auch nichts aus. Jetzt sieht das Ganze anders aus. Die Zahlen der Neuinfektionen sind derart stark zurückgegangen, dass sehr viele sagen, von Corona geht ja gar keine Gefahr mehr aus. Und gerade diese Schutzmasken sind derart unangenehm, dass sie viele momentan nicht mehr tragen möchten. Uschi, machen wir auch einen kleinen Blick nach Deutschland. Hier sind ja die Corona-Regeln von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Hier kann auch jedes Bundesland eben selbst entscheiden. Hier ist es Länderkompetenz geworden. Klar, bei der Größe von Deutschland kann man nicht von Berlin aus etwas auf das ganze Bundesland aufoktroyieren. Wäre so eine Lösung für Österreich nicht auch günstig? Wenn man zum Beispiel bedenkt, Kärnten hat nur 10 Infizierte, aber in Wien haben wir doch noch, Pi mal Daumen, 560 Infizierte, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Dass man jetzt sagt, okay, wir lassen die Masken in Wien, aber halt nicht in Kärnten. Wären solche Regelungen möglich? Möglich wäre das natürlich schon. Man sieht ja auch, so wie du es ja schon angesprochen hast, es gibt Regionen in Österreich, da ist eben die Zahl der Erkrankten so gering, dass man sich fragt, ist es tatsächlich notwendig? Ob das Ganze tatsächlich dann von den Ländern separat bestimmt wird, das glaube ich allerdings nicht. Wir sind hier gerade auch, wenn wir bedenken, welche Maßnahmen hier gesetzt wurden, das sind natürlich von der Regierung vorgegebene Maßnahmen und dementsprechend gelten die momentan für jedes Bundesland, für Gesamtösterreich. Und ob man zu so einer Lösung greifen möchte, das wage ich zu bezweifeln.